Gigolo-Affäre bei Afrika-Reisen von Annalena Baerbock. Diese Geschichte wird jetzt in den sozialen Netzwerken herumgereicht. Ich habe bewusst gewartet, bevor ich auf diesen Zug aufspringe. Ich fand die ganze Geschichte von Anfang an suspekt und inzwischen mehren sich die Anzeichen dafür, dass das leider eine Lügenkampagne ist und auf die muss man nicht aufspringen, denn Frau Baerbock hat so viel Dreck am Stecken, da brauchen wir uns keinen weiteren dazu erfinden. Ich erzähle euch aber heute mal die ganze Geschichte, wer angefangen hat, wo das Ganze zuerst aufgetaucht ist und nach was das jetzt erstmal aussieht. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin immer noch hier im Thüringer Wald unterwegs, ein bisschen die Natur genießen und ich glaube einige von euch wissen, worüber wir sprechen müssen. Wir müssen über den Nigerianer mit dem Namen Kingsley reden. Ich blende ihn mal kurz nebendran ein. Er hat ein Video veröffentlicht, er soll ein Escort-Mann sein, der quasi Damen zu Diensten zur Verfügung steht und er beschreibt eine Geschichte, dass er eine Politikerin getroffen hat, kennengelernt hat. Die ganze Geschichte, die passt am Ende auf Annalena Baerbock. Auch, dass dort Geld geflossen sein soll, dass er mitgeflogen sein soll in der Regierungsmaschine und ich fand das von Anfang an, also so eine Geschichte ist schon maximale Eskalation, also da gibt es nicht mehr viel oben drüber auf der Stufe und ich fand das von Anfang an etwas skeptisch, wie auch diese ganze Geschichte hier ins Leben gerufen wurde und jetzt haben wir hier erstmals den Beweis, dass es sich hier wohl um eine Fake-Kampagne handelt. Der Artikel von Kingsley mit seinem Video ist zuerst in einem, in der nigerianischen Daily Post erschienen, dort quasi in der Zeitung bzw. im Internet und es steht klipp und klar dabei, dass das ein gesponserter Artikel ist. Es steht aber nicht dabei, wer diesen Artikel sponsert. Aber es gibt hier jemanden, der Geld dafür bezahlt hat, dass die Geschichte, die Kingsley uns erzählen möchte, auch dann im Internet publiziert wurde. So kann man Fakes in die Welt setzen. Man bereitet, sponsert Artikel vor und verbreitet dann von irgendeiner Ecke der Welt Nachrichtenmeldungen, Hinweise, Interviews und die fressen sich dann durch, durch die ganzen sozialen Medien. Jeder springt auf diesen Zug auf. Hier gibt es auch eine etwas verwunderlichere Internetseite, die das Ganze natürlich zuerst gebracht hatte und zwar Zeitgeschehen, liest man zuerst, aber Zeitgeschehenen steht da, .de und sie hatten diese Erzählung, dass hier der Escort-Boy von Annalena Baerbock bezahlt worden wäre, mitgeflogen wäre in der Regierungsmaschine. Ob Geld geflossen ist, können wir natürlich nicht sagen. Ob er mitgeflogen ist, kann nur das Auswärtige Amt beurteilen. Was wir aber sagen können ist, dass diese Geschichte, die uns von Anfang an erzählt wurde, nur aufgrund der Tatsache uns erzählt wurde, weil irgendjemanden die Daily Post in Nigeria dafür bezahlt hat, das zu publizieren. Und das ist wirklich schon sensationell. Diese Webseite in Deutschland, die hat dann hier noch ein paar Flugreisen dazu erfunden und ich muss mir das mal, also wir müssen das mal etwas rumdrehen. Wir gehen jetzt hin und erfinden was über zum Beispiel Ricarda Lang und wenn ich dann ein Video gemacht habe, natürlich passt das dann zu ihren Reisen, zu ihren Terminen, das habe ich mir vorher überlegt und dann gehe ich halt irgendwo hin zu einer Zeitung und mache dann dort Sponsored Content, also bezahle Geld dafür, dass sie meine Story über Ricarda Lang bringen und dann muss ich nur warten, bis irgendwelche Blogger, Influencer, normale Leute, diese Story aufgreifen und ohne sie tiefer gehen zu prüfen, erst mal weiter kopieren und da haben wir dann einfach eine Weiterverbreitung von Falschinformationen. Deswegen gibt es bei mir auch zu manchen Themen nicht immer zeitnah ein Video. Wenn euch irgendwelche Themen fehlen, bitte immer mal eine E-Mail schreiben oder so. Aber bei manchen Themen bin ich auch etwas zurückhaltender und warte da mal, denn die Anschuldigung gegen unsere Außenministerin, dass sie hier Escort-Dienste in Anspruch genommen hätte, mutmaßlich mit Steuergeld auch noch in der Regierungsmaschine, da kann man sich juristisch gesehen ziemlich weit aus dem Fenster lehnen, um dann am Ende auch von einem Anwalt richtig genagelt zu werden und mir war von Anfang an diese Story zu dünn. Ich habe nämlich auch gesehen, dass sie nur aus Afrika kommt. Es gibt nicht viel, außer das Video von Kingsley und wenn ich mir überlege, ich gehe, wenn ich mir überlege, ja, wäre beinah das Handy runtergefallen, ich gehe in Berlin einfach irgendwo hin und schnappe mir einen und lasse den irgendeine Geschichte erzählen für 100, 200 Euro, dann habe ich mein Video und natürlich, wenn ich dem die Story so schreibe, wie ich die Termine habe von der Ministerin, dann kann man diese Geschichte hier wunderbar erzählen. Es mangelt bei dieser Geschichte also nach einer weiteren Quelle, nach einer unbezahlten Quelle oder es mangelt zumindest bis jetzt an Beweisfotos, dass man die beiden gesehen hat auf diesen Reisen. Das Auswärtige Amt ist dementiert vehement, es sieht hier eine russische Einflusskampagne, natürlich wird hier auch wieder Wladimir Putin genannt. Wir wissen, es gibt diese Desinformationskampagnen von allen Staaten, gerade auch in der Zeit um Corona haben wir das gesehen, dass es staatlich angeordnete Zensur gegeben hat, dass es staatlich angeordnete Meinungsverbreitung gegeben hat, dass auch in den USA gegen missliebige Meinungen auch in Social Media vorgegangen wurde und es ist jetzt hier ein Beispiel für Fake News, ob die jetzt aus Russland kommen. Da müsste man mal jemanden fragen vom BSI, ob sie irgendwelche Spuren haben, aber das ist eine nigerianische Daily Post Ausgabe gewesen. Was wollen sie denn da für Spuren haben? Es liegt nahe, dass unsere Außenministerin auch von Wladimir Putin diskreditiert werden soll. Allerdings ist immer die Frage, muss man dafür dann den Fake erfinden? Aber das ist halt hybride Kriegsführung. Man hat schlechte Nachrichten und man erfindet nochmal die doppelte Menge schlechten Nachrichten dazu. Für mich das und verbreitet das einfach um die Spaltung, um den Hass zu fördern. Ich bin wahrlich kein Freund von Annalena Baerbock. Ich verachte sie zutiefst als Außenministerin, weil ich sie für absolut inkompetent halte. Sie ist vielleicht besser aufgehoben auf einem Posten für Betreuungskonzepte, für Kindergartenkinder, weil sie selbst zwei kleine Kinder hat und dem Trampolinspringen ja wirklich... Zumindest mal weiß, wie man das Gerät benutzt. Aber als Außenministerin, die weltweit auch Männern gegenüberstehen muss, die Frauen verachten und die sie dann quasi gar nicht einladen, dafür halte ich sie wirklich ungeeignet. Sie kann auch als Frau eine Ministerin sein, aber dann vielleicht Familie, Senioren. Also da gibt es ja auch noch so ein paar, so Frau Paus und so, aber da wieder heißt es dann am Ende, ich reduziere sie auf die Frauen. Aber nein, das Amt des Außenministers beziehungsweise der Außenministerin, wenn das eine Frau ist und wir haben auf dieser Welt eine Handvoll Länder oder sogar mehr, die Frauen in ihren Rechten, wie wir sie hier im Westen haben, nicht akzeptieren wollen und können, ob das glaubensmäßig ist oder einfach, weil sie in einer anderen Zeit leben, als wir es hier leben, dann ist das einfach nicht machbar. Also wie soll denn diese Frau unsere Interessen vertreten? Jetzt mal beispielsweise in Katar. In Katar, also die Frauen sind dort nichts wert in dem Sinne, überhaupt nichts wert. Und dann kommt eine, die sagt, sie ist von der deutschen Regierung. Ja, die Kataris, die lachen sich dann kaputt. Wir haben ja gesehen, wie sie sich auch über Robert Habeck kaputt gelacht haben, wie oft er den Kniefall machen musste, damit es dann in ein paar Jahren ein bisschen Gas gibt aus Katar, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen bis dahin, weil die ganze Industrie bis dahin abgewandert ist. Die Abwanderungstendenzen sind wirklich phänomenal, aber wir dürfen nicht jede Nachricht blindlings glauben, vor allem, wenn die Beweise wirklich so dünn sind wie hier. Da gibt es ganz andere Dinge bei Frau Baerbock. Der Visa-Skandal, das Chavala-Banking und da gibt es auch Leute, die beteiligt sind, die an die Öffentlichkeit treten könnten als Whistleblower, damit wir hier vorankommen, auch Leute aus dem Ministerium. Es muss ja auch noch ein paar Leute im Auswärtigen Amt geben, die nicht von der SPD oder von den Grünen sind. Da müssen ja auch noch ein paar CDU-Überbleibsel vorhanden sein und wir haben es gesehen bei dem Leak der RKI-Protokolle, die anscheinend aus dem Archiv des RKI gezogen wurden. So gibt es auch ein großes, großes Archiv des Auswärtigen Amtes von Frau Baerbock und auch von Heiko Maas und da könnten wir mal wirklich etwas schauen und aufräumen und wie sie Heiko Maas alle gehasst haben, dass Maas-Männchen, wie sie immer gesagt haben, heute wünscht sich jeder Zweite fast gefühlt den Maas zurück, damit die Baerbock da bleibt, wo sie hergekommen ist, als Trampoliner und als eventuell irgendwo im Parteivorstand der Grünen noch überlebende Ex-Ministerin im Amt als Ministerin für die Bundesrepublik wünsche ich mir Leute mit Kompetenz, Leute mit Rückgrat, Leute mit Verstand, Leute mit Weitsicht und keine Leute, die aufgrund ihrer parteipolitischen Ideologie total verblendet sind, absolut verblendet sind, immer wieder faszinierend. Wir haben es gesehen, in den Tiergartenmörder konnten sie einfach ausweisen, ja, nach Ausländerrecht, bei allen anderen, die hier sitzen, ja, die wollen sie nicht ausweisen nach Ausländerrecht. Ja, wir haben es alle gesehen, wir haben es notiert, wir haben es gespeichert, wir werden es euch bei passender Gelegenheit wieder links und rechts um die Ohren schmieren. Ansonsten abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Ich hoffe, meine Spezialsendung gestern ist gut angekommen, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.